Ja... Ähm... Was für ein Scheiß... So... Muss ich jetzt nochmal hinzufügen... Oberwatch zocken oder was geht? Ja, ja... Alles klar... Klar... Ich hatte hier noch irgendwie eins... Sag mal, ich hatte hier noch ein schönes... Was heißt schön aber... Nicht schlecht das hier... Was ist das? 500 x 288... 500 x 288... Miep... So... So... Dann müsste das jetzt hier... Mal ganz hinten... Oh... Dann mach ich das hier aus... Aber ist der Kontrast natürlich ein bisschen anders... Ich finde es mit der Pizza schon besser... So... Aber weg die Pizza... Also ist doch auch nicht schlecht... Ja... Also mit der Pizza ist nicht ganz so Augenkrebs... Ist so... Ein bisschen dunkler alles... Ich geh... Twitch... Twitch... Pete... Ja... Pete... Stinkt... Pete... Pete... Pete stinkt... Pete... Ja, da findet er sich sofort... Das ist ja krass... Weil Pete stinkt... Hehehe... 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 Kommt... Ja... Vor... Ey... Was... Hehehe... 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 Meine Freundin war hier anscheinhalb heute früh... Wo ich noch geschlafen hab... Irgendwie aktiv an meinem PC... Hehehe... Hehehe... Zwar tausende Filme downgeloadet... Eiskalt... Nee... Auch eingeloggt in Twitch und allem... Es wurde ja in der Früh bei mir anders aktiv... Aber okay... Das tue ich mir sehr beachten, oder? Hehehe... 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 Ich hoff's zumindest... Hehehe... Hehehe... Keine Ahnung... Hehehe... Ich weiß nicht, wo man's einstellen kann... Doch... Hehehe... Also irgendwo kann man's einstellen... Aber... Den Haken reinholen... Mal gucken, ob das jetzt hier dann flüssig läuft... Wie ist denn eigentlich die Tonqualität von... Mein Mikrofon... Beziehungsweise... Na du heizt grad ein bisschen... Was soll ich anheilen? In dem... In dem Stream da mitgelauscht hab... Ganz... Nämlich so wie ich... Also auch so ein bisschen heilend, ja... Dafür hast du dann die... Hast du deine Tür zu? Oh ne... Alles sperren wir drauf... Hehehe... Na mach mal zu... Ja... Moment mal... Weil ich... Wenn ich meine Tür nämlich aufmache... Dann hört sich das nämlich auch anders an... Dann... Heile ich nämlich auch ein bisschen doller... Ja... Ich muss noch den Bier noch... Bis nicht mehr viel... Ein halb... Drei Bier nur noch... Drei Bier schon! Hehehe... Ahh... Ein bisschen hier... Ja... Immer zweimal duschen... Dann ist Weihnachten... Ja... Noch 10 Monate. 150 in B, ich geh nur schnell an der Rauch noch. Nein. Achso, brauch ich mal eine Runde ohne Licht anstarten? Oder geht der schnell? Wollen wir warten da noch so lange? Oder raus so sehr schnell? Ja, ich war auch sehr schnell. Achso, okay. Ich bin ähnlich. Jo. Phil, was hast du jetzt eigentlich für ein Level mittlerweile? Ähm, ich hab jetzt... 20 Stern. 20 Stern. Ja. Guck mal hier. Hier, jetzt können alle Leute das im Stream sehen. Ah ne, doch nicht, warte mal, ich muss erstmal hier rüberschalten. Moment. Moment. Wollen wir mich alle mal sehen hier. Moment. Hier. Der Sack Leguen. Olle Phil. Der hat 50 Kids. 50! Wie kann man nur 50 Kids haben? Beste. Ey, im Market Game hatte ich 43 schon. Also alles machbar. Das hat ein Soli so. 32 Kids. Ah. Ah, ah, ah. 39 halt. Guck mal, ich schreib gerade seit einer chinesische Schriftzeichen. Oder thailändische. Im öffentlichen Chat. Ich dann bist du aber in einem anderen Chat. Weil bei mir nicht. Naja man, es gibt mehrere Globals. Ah, die Global Chat. Weil, überleg mal. Wie viele spielen aktiv? Mehrere Millionen auf jeden Fall. Und die anderen ein Chat, das wäre... Das ist die Genji und Mai, habe ich noch nie gespielt. Noch nie? Nö. Wird's mal Zeit. Ja man. Und Tracer unter einer Minute. Ach guck mal, du spielst ja meistens nur eigentlich Pfarrer oder den Soldier, ne? Musst du auch irgendwie mal andere mal spielen. Na halt. Richtige Ego-Shooter-Charakter halt. Ich bin halt ein Ego-Shooter-Spieler. Mehr Ego als Shooter, ach so? Hahaha. Oh. Ja, ich kann schnell drauf. Nice. Oh, es ist auch schon fertig. Nice. Nice, 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 nice. Warte mal Phil. Ich weiß nicht, das wird mir wieder das Ohr wettbar sagen. Wo ist mein Mixer? Oh, schau. Jetzt ist ein Follower. Phil, ich kann hier mal meine Einstellung mal abfotografieren. Dich jetzt hier für Stream nehmen. Ja, aber es ist immer gut. Es ist ja hier. Easy. Ich bin gerade jetzt super 2K, man. Richtig deprimierend. Aber es ist ja eh nicht meins. Sagst du 2K? Okay. Ja, ja. 2013. Was? Aber man. Richtig bad. Ey, ich frag mich gar nicht. Hast du's zu können? Ja, ich bin online. Ach, ist noch trauriger. Ich bin online. Also ich hab hier... Okay, für Xbox habe ich noch 2016. Ich bin online. Könntest du dich einladen? Miep. 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 War Level 80. Mann, 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 Mann. So. Moment, dann muss ich mal wieder hier umschalten. Miep. 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 Welches hast du, Fli? Den AMD FX 8 Noch was Ja, aber 1300 war 8,3,5,0 Kann es sein? Kann auch sein, ja Oder auch Dabbel lügt er dich Ja, aber auch Dabbel So, die, warum hast du nur ein Video gemacht? Los, lass mal jetzt loslegen Also Du hast ein Video gemacht hier Einfach so für dich? Ja Mit der Luftfolie im Hintergrund Na, die hab ich Damit das Display nicht so auf dem harten Klasse aufliegt Ja, so dünn Direkt bis endlich Achso, du hast es gar nicht so hoch skaliert Wie ich, oder ist es dein Bildschirm allgemein? Na, die meinten Also hab mir mehrere Tutorials angeguckt Dass man Als nicht Twitch Partner Kannst du eh nicht so hoch skaliert aufnehmen Also die, die sich lange gucken, sehen es eh nicht so hoch Ja, ich hab hier in 4k und so Alles klar Achso Ne, ich hab am Anfang Am Anfang hab ich es auch alles so hoch gestellt Und auch rein von der CPU war es halt total einfach Aber es hat trotzdem total geleckt im Stream Und so ein Mal so ein bisschen Nachforschung getrieben Und dann meinten die ja Aber du hast keinen Haken drin in Ausgabe umskalieren Also daher machst du es ja trotzdem nicht Ankommen in Ilios Ähm Na doch, da ist doch ein Haken Buff Eigentlich Nicht Gut Eigentlich Ah, du wolltest mich blinken Jaja Ruf das laut Du musst die Musik leiser machen Im Moment Wuch Soll ich euch carrieren? Alles klar mach ich doch Haha Was haben wir ein Angriff? Mhhh Angriff 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 Ich kann ja mal Lucio mal spielen Der nimmt meine Frau Den Lucio's Haha Lass uns gemeinsam was reißen Lass uns gemeinsam was reißen Genji? Das ist aber ein sehr guter Freund. Wen spielst du? Genji? Genji wieder. Easy. Boah, schon so ewig nicht mehr gespielt hier. 5, 4, 3, 2, 1. Wir müssen jetzt ein paar Quests erfüllen. Oh scheiße, ich hab gefehlt. Verdammt. Ah, ich hab meinen Double Jump gefehlt. Hat schon jemand die Quest angenommen? Ja, Absätze. Die Quest ist, wir müssen jetzt hier den Kreis einnehmen. Vor den ganzen Orks und vor Sauron. Und Malfoy, nicht vergessen. Ah, lass mich in Ruhe. Ich bin übrigens hier so tot. Ich bin tot. Naja, läuft doch ganz flüssig hier. Ja, wir müssen das schon einnehmen, ne? Angst. Bumm, bum, bum, bum. Ich komme ja schon. Gute Laune gefällig? Alter, ich hab so viele Kills. Das kriegt doch so. Aua, Schweinemann hat mich. Schweinemann. 0 zu 2, easy. Den Healer müssen wir. So. Welchen haben die als Healer? Die in den Mercy. Achso, Mercy. Ja, Mercy. Ich sehe schon. Ihr habt euch ein bisschen Erholung verdient. Jetzt gibt's was auf die Ohren. Oh, ein bisschen Heilung für euch. Oh ja. Schieb ab! Mann, Alter. Nerven sie wirklich. Achtung, euer Feuer! Zurück zum Absender! Wer hat... Hilfe! Ah! Ah! Oh, fast gestorben. Oh, shit ey. Ich hab übrigens Ulti. Also, falls wir jetzt alle rein... rushen wollen. Dann sollten wir's gleich machen. Ja. Ähm, warte. Oh. Haha. Ich hab Mercy getötet. Ich hab Mercy. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Äh, die Tryhards aber auch, dass die Hesslons... Boah. Das war's nicht. Ich bin noch gar nicht dran. Ahhhh. Meep. Hey, eins zu drei. Hey. Rinnerin. Mir stirbt keiner weg. Okay. Hm. My bad. Eins zu drei. Easy. Okay. Er ist ja auch warm ab hier. Er ist ja auch warm ab hier. Sieht euch diesen...